Hier ist der Wolfgang Mielecki als erster Vorauswagen durch und somit ist die Strecke frei für Joachim Müller und Michael Humbach mit der Startnummer 1 Ford Sierra Cosworth. Es folgt die Startnummer 2 Thomas Lund und Dirk Adang auf dem Porsche 911 Carrera. Hier der Dietmar Walter und Carola Meder auf Opel Corsa. Auf dem Lancia Delta mit der Startnummer 6 Kutte Klein und Sigmar Solbach. Auch in Titelanwärter Frank Möbus und Andreas Werner auf Ford Sierra. Dietmar Walter verlässt schon den Rundkurs und geht zum nächsten Wertungsprüfung. den Rundkursum. Der Grundkursum. Dirk Adang. WDROT WDROT Musik